Die Situation in München bleibt angespannt. Am Wochenende findet das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Israel statt. Anlass ist der 50. Jahrestag des Münchner Olympiadentats. Bereits im Vorfeld kam es vermehrt zu antisivitischen Ausschreitungen. Kritik an der Veranstaltung wächst. Wir müssen das Spiel absagen. Our team is positive to get a clear understanding of the threat within the next few hours. Elisabeth und dem, Martin und dem. Ein Kollege von Mossad wird euch bei den Ermittlungen unterstützen. Er hat im Darknet einen Post gefunden. Tu mir den Gefallen und behält ihn im Auge. Maria Köhler. LKA. Simon. Das ist Karim Abdel Salam. Er wird vom Verfassungsschützer überwacht. Woher hast du das? Das ist Stasi-Scheiße, sowas. Die haben ganz andere Möglichkeiten als wir. Das ist nicht dein Ernst, Michael. Moral muss man sich immer leisten können. Ich vertraue ihm nicht. Kein Mensch hat davon gesprochen, dass du ihm vertrauen sollst. Und? Wie gefällt Ihnen München bisher? You will not allow a repeat of 72.